Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Schön, dass du hier bist. Die Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdurstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten den Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Ich kenne dich nicht. Und ich hab keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaub nicht, dass du nur irgendwas bist. Hm. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Das ist der Alarm. Lass ihr Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind dann noch die Gefangenen. Das ist der Alarm. Das ist der Alarm. Das war's. 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 Das war's.